Ja, ich habe gerade die Caroline Wachemann aus dem Bundestag entführt, um einfach mal zu sagen, Caroline, ein Grußwort nach Niedersachsen. Du weißt ja, wir haben gerade Landtagswahlen. Ja, Grüße hier aus dem Bundestag, liebe Grüße aus Sachsen an Niedersachsen. Ihr habt Landtagswahlen, ihr könnt jetzt die Richtung weisen, wie es mit eurem wunderschönen Bundesland weitergeht. Und das wird sich lohnen. Danke an euch Wahlkämpfer, danke an euch Mitglieder, dass ihr aktiv seid. Ihr müsst rausgehen auf die Straße und die Menschen für uns und unsere Anliegen begeistern. Und dass wir nicht alleine sind, das sehen wir an den Protesten überall. Es lohnt sich. Lasst uns das Ruder rumreißen. Viel Erfolg euch, liebe Grüße. Genau, und deswegen... Genau so. Was, genau so? Jetzt kommt der schon wieder. Das war der Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon näher kennen. Da kommt der Europapier, Auslanddeutsche wählen, haben die AfD immer gewählt, wählen diesmal AfD. Viele Grüße von mir aus dem Bundestag und wieder AfD wählen. Wunderbar. Und deswegen zählt am 9. Oktober mit beiden Stimmen. Ach, wir wählen.